Wieso baut sich denn immer jeder von meinen Gegenden? Ey, sowas, da müsste doch instant gebannt werden. Mann, so ein Wichskind da, komm mir. Ey, das ist doch Schwuchtel, ey, du Dreckswichskinloser. Hier unten war noch jemand. Nein, Wichser. Schlag doch. Ey, so eine kleine Mistgeburt. Ey, da ist so eine Dreckswerkbank wieder am Weg gewesen. So eine Scheiße da. Der muss doch mal sterben, hä? Ich hitte den vorher, der kriegt mir erst ja nicht mit. Ich mach meinen Metro an. Ne, der hat Hex. Weepot. Ja, dit war Kill-Aura mal wieder. Ich kam nicht ran. Warte, ich jag sie mal in die Luft hier. Ey, warte, bis ich weg bin. Ey, warte, bis ich weg bin, Alter, sonst... Du Wichser, Mann. LOL. Ja, ich hab doch gesagt, warte, bis ich weg bin. Ja, ich hab doch gewartet. Du warst bei mir ganz oben. Du kleiner Näher, Alter. Ey, warum hast du mich jetzt angeguckt? Ach, nein, ich bin zu früh gesprungen. Ich wichs, Kind. Kacke. Nein, scheiße, hat er den auch umgedreht mit seiner Aim-Board. Der Wichser. Ja, alles klar. Oh, der Skinlose darf nicht. Darf nicht. Skinlose, weg mit dir. Du darfst keine Alten mehr. Oh, die Ender Pelle, die ist meine. Skinlose, die dürfen so weit weg haben. Na, Skinny? Oh, ist das ein Ekel. Der Wegleiterin wichst, Alter. Und dein Spermahaufen. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Ich back hier irgendwo... Was ist denn das? Ihr seid erst hier jetzt ernsthaft? Ich dachte, ihr werdet schon weiter... Mann, was ist denn das? Ich back hier irgendwie rum. Ey, ohne Waffe, Kalle, du Cheater. Nein, hä, die nehmt man noch dafür, damit man langsam mal ist. Ach, komm, fick dich. Nein, sei kein Cheater, komm. Me, leid, Jan, aber ich muss einmal... Ey, fick dich! Hallo, du Kleiner. Mann, du Kleiner. Ja, ich muss die ganzen Autos in die Luft jagen, was willst du denn? Nein, das ist doch schlecht egal. Die nerven doch ja nicht. Ich bin da drin... Ey, warum killst du mich denn jetzt? Weil du das lassen sollst. Junge, wir alle steckten in den Autos drin. Ich nicht. Ich war wieder draußen. Ja, alles super. Deswegen, ja. War ja draußen wieder. Deine Mutter ist auch aus dem Knast. Deine Mutter ist ganz woanders draußen, Junge. Oh! Mann! Was ist denn das? Als ob man da einfach nicht wegkommt. Der bleibt da nicht stehen, der Ficker. Meinst du, der trifft? Hä? Ist das ein Hacker? Ist das ein Hacker? Anti-Knockback, ihr habt. Anti-Knockback, der Wichser. Ja! Hm. Ja, ja. Jo. Alles klar. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Also, komm. Das ist ja lächerlich. Das ist echt lächerlich. Muss weg hier, Mama. Komm. Teamkollege. Komm, Gegner. Komm, Gegner. Komm, Gegner. Da. Komm, Gegner. Oh, Mann. Steht da mal rum und macht nichts. Ui! Komm, komm, komm. Ah, ihr klingt hässlich. Hä? Wo kam der denn her? Der war da unten. Hä? Der war da unten, mit denen ihr kämpft. Ja, ist klar. Hm. Ja, ja. Ach, komm, Alter. Geht doch eure Mama beim Kochen helfen, ey. So, das gibt ja nur zwei Wege hier. Wenn der jetzt falsch ist, dann fresse ich einen Besen, Junge. Dann putze ich mir damit heute die Zähne, Junge. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, na klar, hä? Wo soll man denn? Es gibt doch nur zwei verfickte Scheißwege. Das ist mein Videotitel, Junge. Jan putze ich die Zähne mit einem Besen. Ne, so hat finde ich scheiße so ein Müll hier. Da ist auch schon wieder nur Sand in der Lamu. So ein Scheiß-Labyrinth-Dreck hier. Wo stört man denn, wenn man da mal ein paar... Die sind bestimmt auch bei sich zu Hause in der Toilette drin gesprungen und haben da den Ausweg gefunden. Oder hier sind die... Was? Was?